Und Ihre Eltern haben ja dann den Schritt gewagt und sind nach Deutschland gegangen. Wie war das? Damals bräuchte Deutschland Hände zum Arbeiten. Deutschland musste neu gebaut werden. Es war alles kaputt. Und mein Vater, der sechs Kinder hatte, hatte ein Dorf. Das war ja schwierig und er wollte sich ein besseres Leben ermöglichen. Wir waren zu Hause, wir hatten eine behinderte Tante, wir hatten die Oma. Und teilweise hatten wir noch zwei Kinder von Geschwistern, die vorher schon auch in Deutschland waren. Also es waren sehr viele Kinder und so musste mein Vater nach Deutschland kommen, um Geld zu verdienen. Also, sagen wir mal, leichtere Geld zu verdienen, damit er für seine Familie sorgen konnte.